Unsere Stiere, wagen Sie sich ruhig in die Arena des Lebens zurück. Das große Überprüfen findet allmählich ein Ende und Sie können endlich wieder durchatmen. Sie sind ja von Surturen in den letzten Jahren nicht gerade verschont geblieben und ich weiß, dass Sie Worte wie Überprüfen, Gestalten und Ausmisten nicht mehr hören können. Sie haben Ihre Aufgaben gut gemacht? Ja, dann bekommen Sie allmählich die lang ersehnte Belohnung. Mitte Juni bis Mitte September können Sie noch einmal ordentlich ausmisten, aber dann Schluss und auf zu neuen Ufern. Für unsere Singles, Augen auf, für Mr. und Mrs. Right, die stehen besonders im März vor der Tür. Auch beruflich finden Sie endlich wieder neue Stabilität. Besonders ab Mitte September werden Sie merken, dass endlich alles so ist, wie Sie sich das auch vorgestellt haben. Ich brauche nicht erwähnen, wie wichtig das gerade für Sie, liebe Stiere, ist. Die Saturnjahre haben Sie eventuell auch körperlich bei Ihnen manifestiert und Sie wissen schon gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, leicht und beschwingt durchs Leben zu gehen. Eines steht fest, 2015, da werden Sie es wieder spüren, wie es sein kann, wenn man leichter und beschwingter durchs Leben geht. Viel Spaß und viel Erfolg! Vielen Dank!